Hallo, meine lieben Fußballfreunde und herzlich willkommen zurück. Ich möchte diese Folge weiterhin über Bremen sprechen. Was ist hier jetzt am Ebeneing? Hä? Was ist hier jetzt Sache? Also, ich muss da oben hin. So. Oh nein. Oh nein. nein ich kann ja nur nach unten droppen wenn ich da verkackt habe oder muss ich das ja auch noch mal machen nur ist das ärgerlich und dann ist ja nicht gesprintet ja wer da bremen ich habe schon letzte folge über gregoritsch ruijitsch und der rellogisch doch gesprochen und das level sehr behindert sorry aber also ich finde das eigentlich cool aber dann immer wieder unten anfangen finde ich dann echt blöd warte okay warte da muss ich hin nein nenne 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 dat dat lasse ich mich nicht mehr machen ich habe den timer wieder vergessen gg ach so warte wenn dann richtig so nein ich kann mich an sowas einfach generell nicht halten wenn ich hier bin dann muss ich hier rein was ist das für ein level möchte aber auch schon in der folge mit bayern anfangen aus dem ganz einfachen grund wir wechseln letztendlich zu bayern und ich sag mal das ist ja ein bisschen erstaunlich tun meiner meinung nach weil bayern ist kein uninteressanter verein so muss muss man ja auch so sagen und ich kann da nicht verstehen das wirklich so gezögert wird drücke ich mal so aus ok das geht auch von hier muss ich dann hier rein ich muss die leiter da nach oben ja ja ach so warte ich glaube ich glaube ich kann hier runter dann und dann bin ich blöd das level hier verstehe ich jetzt gerade nicht weil da ging es ja nicht weiter oder jedenfalls und ich sag mal es werden jetzt auch nicht wenig spieler mit bayern in verbindung gebracht und deswegen muss ich auch ganz ehrlich zugeben kann ich nicht verstehen dass bayern jetzt mal nicht sage ich mal ein bisschen was wagt wenn ich wagt ja nicht gewinnt das heißt ja bekanntlich so und ja kann ich nicht nachvollziehen dann ist immer noch im blickfeld natürlich und im fokus von bayern wenn sané nicht kommt dann kommt vielleicht ein nicolas pepe der war auch schon mit juventus in verbindung gebracht wird dann wer noch ja mittelfeldspieler rodri von atletico madrid da weiß ich wie das geht das habe ich schon mal gesehen für diesen trick chemis bett ich bin irgendwie blind oder da kann ich nicht rauf da muss ich rauf ich bin blind bei sowas wenn ich nicht sie wie es weiter geht ich komme hier nicht drauf ich komme da nicht drauf und dadurch drauf also da muss ich ja nicht hin ich muss ja hier nach oben jedenfalls aber zu bayern weiter ich gucke hey irgendwie ich darf hier nichts abbauen aber weil von hier bringt mir das auch nichts oder von nein schade ich habe gedacht das geht irgendwie sonst hier auf die fensterscheibe springen ich bin ich bin nein ich sage mal es sind ja wirklich nicht wenige spieler mit den bayern in verbindung gebracht wird okay dieser weg ist falsch weil macht keinen sinn ach so warte oder muss man von hier ja von hier muss man da hin es sind schon namen die bekannt sind und deswegen wie gesagt kann ich nicht so ganz nachvollziehen bayern warum riskierst du nicht was mach angebote und verpflichtet spieler weil mit dem kader und da bin ich ganz ehrlich ich möchte natürlich dass bayern meister wird gebe ich auch natürlich zu so warum soll ich das nicht zu geben aber so und dann im vergleich mit dem kader von brussia dortmund kann bayern einpacken so komisch das klingt weil dortmund riskiert dortmund holt spieler und dortmund ja genau und dortmund hat grandiose spieler geholt meiner meinung nach und deswegen wie gesagt wo ist denn hier der anfang bayern braucht gute spieler bayern braucht dringend spieler im mittelfeld im sturm in der verteidigung also bayern kann kadermäßig gegen dortmund einpacken das ist doch richtig an die ort gott so geschafft ohne zu schieten nice eine minute folge ging jetzt aber auch ein bisschen länger okay die hörte geschafft und von hier dann wohin hä 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 hier hin halach so zwei mal geht jetzt auch gleich warte mal hier ging es aber noch weiter das ist jetzt die frage muss ich jetzt hier weiter nein okay nicht weiter wir gucken nächste folge wie es weitergeht muss was tun noch mal zusammengefasst so wie bayerns karte aktuell ist zwar hat man ein luca senandes verpflichtet ein paar war ich glaube das sind bislang die einzigen transfers oder ich hoffe ich vergesse jetzt kein ist es zu wenig und nach dem abgang von hummels da kann ich nächste folge auch noch mal gerne was zu sagen stimmt muss man auf jeden fall was tun deswegen ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag und wir sehen uns dann morgen zurück geht zu den adventure maps und bis dahin anpfiff abpfiff tor schaufens bei freunde und bis zum nächsten mal haut rein und tschüss